ja halli hallo ihr lieben wir sind wieder in world of warcraft kataklysm classic in der version 440 sind hier bei unseren wotl car quest in den sturm gipfeln nordend und näht jetzt nicht die stung über eisprone hier sturm gipfel bei der absturzstelle grommersch befinden wir uns bei blutwache lorga mit der fest der vermisste färtenleser sucht in die morax im bau östlich der absturzstelle grommersch nach färtenleser weil sie weil sie wahrscheinlich 3 gold 70 silber 12.155 xp wir nehmen die quest an müsste man in meinem kanal sehen können mit der quest notfallmaßnahmen wo die höhle ist da waren wir ja schon haben paar walks erledigt jetzt wollen wir uns dann noch den färtenleser den hatte ich auf jeden fall auch schon gesehen der stand am anfang von der höhle also in der höhle ein bisschen und ja also ich denke dass das ist da genau so und da kann man beim färtenleser weil sie können wir die quest abgeben haltet euch von damit ist man sie der vermisste färtenleser abgeschlossen ich bedanke mich fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne mal auf meinen twitch kanal oh man oje ja schaltet gerne mal auf meinen twitch kanal sehen wir uns beim nächsten mal wieder so ich hab's überlebt also bis denn dann tschaui